Herzlich Willkommen bei Festo TV. Mein Name ist Frank und heute geht es ums Schleifen. Bei Festo gibt es viele Schleifmaschinen für verschiedene Anwendungen wie zum Beispiel der Bandschleifer oder die klassische Rotex, Exzenterschleifer und und und. Heute geht es um einen ergonomischen Einhand-Akkuschleifer oder Rutscher oder Exzenterschleifer und die möchte ich euch heute zeigen. Hier haben wir sie aufgebaut, die drei Akkuschleifmaschinen, zwei Rutscher, zwei Millimeter Hub, sehr kompakt gebaut, in die Hand hinein, optimal um auch über Kopf arbeiten zu können. Ermüdungsarm mit gerade einmal 1,4 Kilo ist das denke ich mal eine richtig tolle Maschine. Ich habe die Möglichkeit auch mit so einem Staubbeutel zu arbeiten, also Staubfangbeutel zu arbeiten und wenn ich jetzt hier... In Bereichen von Fensterarbeiten und ich möchte mir hier meinen Teller nicht zu stark beanspruchen, habe ich die Möglichkeit auf diese Maschinen, wie jetzt hier auch der RTS C400, kleine Protektoren aufzusetzen, um den Teller dann auch zu schützen beim Arbeiten. Wie funktioniert das Ganze vom Akkusystem her? Ihr seht schon, hier im hinteren Bereich ist das Ganze ein bisschen länglicher geformt. Ich kann ihn jetzt hier abnehmen, den Akkupack und jetzt habe ich hier den 18 Volt 3,1 Akkupack. Ich habe hier hinten noch eine Ladezustandskontrolle, da drücken wir mal drauf und dann sehe ich, okay, alle drei LED leuchten auf und das heißt für mich 100 Prozent, ich kann hier auf das Gerüst hoch und dementsprechend loslegen. Wird hier einfach wieder aufgesteckt und schon fixiert und bereit zum Arbeiten. Wichtig natürlich auch, ich möchte hier unabhängig sein dann von irgendwelchen Kabeln oder Schläuche und hier haben wir dann im hinteren Bereich wieder unseren kleinen Staubfangbeutel, um sehr mobil zu sein und wunderbar arbeiten zu können. Der Rutscher RTSC, DTSC ideal, um hier Fenster, Türrahmen anzuschleifen oder auch Farbe abzuschleifen. Im nächsten Beispiel habe ich hier den kleinen ETSC 125, also einen Exzentertellerschleifer, ideal auch zum Anschleifen und auch hier sage ich mal als Beispiel, wenn ich zum Beispiel so ein Carport montiert habe oder ein Sichtgebäck montiert habe und ich habe dann irgendwo im Sichtbereich Markierungen, Gleichstriche drin, dann nehme ich mir hier so einen kleinen Akkuschleifer, den ETSC 125, das Rubinpapier drauf und kann hier wunderbar diese Spuren entfernen. Kraftvoll, optimal, auch hier habe ich die Möglichkeit so einen Protektor zu montieren und natürlich kommt hier die Frage, wie lange kann ich denn da arbeiten mit so einem kleinen Schläfgerät, mit so einem Akkuschläfgerät und ganz einfach, also über eine halbe Stunde geht hier allemal. Wichtig für euch zu wissen ist, dass ich diese Akkupacks natürlich mit den herkömmlichen Ladegeräten von Fistool laden kann, also die Lithium-Ionen-Ladegeräte und wichtig ist auch zu wissen, dass der Ladevorgang schneller ist, wie das Entladen beim Arbeiten des Akkus, sodass ich immer permanent einen Akku habe. Jetzt ist es auch nicht so, dass ich vielleicht irgendwo tatsächlich Strom benötige, also eine Netzversion benötige, weil ich vielleicht so mit einem Absaugmobil arbeiten möchte. Ich brauche hier eine richtig gute Absaugung, wenn ich vielleicht in einer Wohnung arbeite, wo die Leute drin wohnen und für diese Anwendung habe ich auch eine Möglichkeit. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier den Akkupack zu entfernen und im Lieferumfang, hier in meinem Kombisystemer, ist ein Adapterstück, wäre es mir möglich, hier das Plug-it-Kabel anzuschließen. Und schon habe ich hier aus meinem Akku Exzenterschleifer oder auch Rutscher, also es geht bei allen diesen drei Geräten, habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Netzversion draus zu machen und somit dieses Schleifgerät an meinen CTL-SYS-Sauger oder sonstiges Sauger von Fistool anzuschließen und dann praktisch mit der Automatikfunktion den Sauger gleichzeitig zu betreiben wie mein Schleifgerät. Natürlich kann ich auch dementsprechend wechseln, wenn ich jetzt einen leeren Akku habe und ich habe keine Möglichkeit zu warten, wenn ich vielleicht mehrere Maschinen im Einsatz habe, kann ich auch sehr schnell auf diese Adapterfunktion übergreifen. Also ich denke, eine clevere Geschichte hier, die wir anbieten, um beides zu nutzen, entweder Netzbetrieb oder Akku. Ich habe hier den Systemer, den Kombi Systemer, wenn wir hier oben reinschauen, haben wir also noch genügend Platz für die Maschine selber, die wird hier dann einfach aufgesetzt. Dann haben wir noch dieses Ladegerät, zwei Akkupacks, genügend Platz auch für ein bisschen Schleifpapier und so können wir hier alles sehr sauber, sorgfältig verpacken. Nun, wichtig natürlich für euch zu wissen ist, dass wir für diese Maschinen und natürlich auch für den Akkupack wieder unsere drei Jahre Garantie geben, also Service All Inclusive. Das heißt, nach dem Kauf die Maschinen anmelden und dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt hier, denke ich, eine Menge Spaß beim Arbeiten. Nun, ich hoffe, euch hat es jetzt ein bisschen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Informationen über diese ergonomischen Einhand-Akkuschleifen von Festool. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Euer Frank.